Wenn dieser Mann eine Blutspur aufnimmt, lässt er nie wieder los. Wir haben gesehen, wie er den meistgesuchten Mann Amerikas stellte. Aber dieses Jahr beginnt die Jagd noch einmal ganz von vorn. Ein Häftling wird noch vermisst. Mark Roberts. Ihr richtet überall Straßensperren. Und zwar von hier in alle Richtungen. So ähnlich wie in einem großen Kreis... Dings da. Oder was meinen Sie? Männer, wir teilen uns auf und durchkämmen jedes Haus, Hotel, Krankenhaus, Dreckloch und Randen dessen ab. Mark J. Roberts. Der kennt sich hier am besten aus. Okay, und wer von euch ist der gemeinste, abstoßendste Rattenfresser hier draußen? Sie kommen mit mir. Wenn ein Verbrecher auf der Flucht ist, gibt es keinen unerbittlicheren Verfolger als Sam Girard. Ziel erfasst. Doch diesmal ist sein Gegner noch gefährlicher. Ex-Marine. Spezialeinheit Ex-CIA. Und es steht mehr auf dem Spiel als jemals zuvor. Ich will endlich wissen, wer dieser Mark Roberts wirklich ist. Komm da runter und sieh mich an! Dann holen Sie mich doch! Er ist immer noch auf der Flucht. Er ist bewaffnet und gefährlich. Was gedenken Sie zu tun? Ihn schnappen!